Hallo Leute, willkommen bei einem neues Video bei Mario Kart 8. Heute mal mit einem Gastkommentator. Ja, hey, was geht ab? Zellnott ist hier. Ja, und wir spielen jetzt mal eine Runde Mario Kart 8. Noch nie gespielt, letztes Mal gespielt auf der N64. Ja, ich habe es jetzt schon wesentlich länger gespielt. Ich habe dann vorhin auf die Straße aufgegabelt. Und mal gefragt, ob du eine Runde Mario Kart 8 spielen willst. Ja, ich bin aber nur mitgekommen, weil da war mir so ein paar. Genau. Ah ja. So, fahr mir weiter. Was soll man denn jetzt gerade als Gesprächsthema holen? Auf die Schnelle. Hm, ja. Oder redet ihr mal über deine Arbeit? Meine Arbeit? Also ich bin ein Altenpfleger. Die Arbeit macht verdammt viel Spaß. Man muss die Arbeit lieben, um sich zu machen und zu trennen, weil es geht einfach meistens. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr Handwerker seid oder so, das bringt nichts. Da ist die Wand schief, da macht ihr noch ein Dübel rein und knallt sie fest. Wenn da ein Mensch rumfällt, dann ist er halt nicht mehr der Glücklichste, sag ich mal so. Und ihr seht jeden Tag, ich gehe auf die Arbeit, da stirbt jemand und ich habe den dann, muss nächsten Tag dann wiederkommen. Und der Mann ist nicht mehr da. Damit muss man erst mal klar kommen. Auf jeden Fall, was ist dir heute passiert mit deinem Opa da? Also ja, das ist uns vorgefallen. Da wollte ich einen Senioren pflegen. Es ging dann nicht, weil er hat Probleme, beziehungsweise Angstprobleme auch. Weil er damals als Kind nicht gut behandelt worden ist von Männern, dass er handgreiflich geworden ist. Und dann muss man die Bewohner halt in Ruhe lassen, weil sonst wird das nie was. Immer nur, wenn die Leute das möchten. Oh, meine Stimme kackt ab, der weiß. Ja, und gib 20.000 Like auf das Video. 20.000? Dann macht ihr ein Nack-Video vor uns. Wollen wir den Nack mit? Guck ich mich gleich beim Spiel an. Und so. Habe ich mich von Miguel Pablo geklaut, ein richtiger Assi-Youtuber. Keine Ahnung, ich gucke nur die Besten. Also Miguel Pablo tut dir von jedem YouTuber irgendetwas klauen. Wie zum Beispiel 1000-Draht-Messer, gewisse Dinge durchschneiden. Ja, ist halt ein lauchiger Lauch. Ja. Ja, Lauch, so ein Leben. Und man sollte niemals, wenn man lauriger als Pablo ist, hat man nicht das Recht, ihn anzurempeln. Ja, ja, und die weißen Schuhe. Tret mir ein auf die weißen Schuhe, ich mach die Schade. Siehst mal, 10. Platz, was wollt ihr von mir? Ich bin ja Überking. Ich bin, glaube ich, letzter. Ne, ich bin letzter, ich bin zehter. Achso. Ich bin ja gelb. Product placement? Natürlich nicht. Also, ich glaube, die Leute wissen das schon. Also, ganz behindert sind die bestimmte. Kann nur sein. Ich bin ja so geldgeil. Ja, das ist wirklich nice. Zombie Queen. Die Eltern hatten die nicht lieb, wenn die so einen Namen denen geben. Chantal oder Autositz war gut, oder? So, neues Runde, neues Glück. Hoffentlich werde ich neuter. Hoffentlich werde ich der Erste. Wenn ich jetzt Erster werde, in dieser Runde, dann hat diese Video, auf jeden Fall, einen Daumen nach oben verdient. Wenn ich mal so behaupte. Ja. Ein Däumchen wäre ein Däumchen. Gut, ich bin immer schon mal Vierter. Läufts dann mal ganz gut. Also, ich bin zwölf da. Elfter. Ich hole auch. Bam. So, den Knall nehmen wir mal weg. Bis ich mal mit der Steuerung klarkomme. Gib mir einen N64-Controller und ich mach dich nieder. Da kann man noch die Gewalt reintrücken. Bitteschön. Bin leider zehnter. Er ist so behindert. Ja, jetzt hole ich mir auch dich. So. Dann haben wir eine Rakete. Überholt ich dich. Du gehst nicht. Ja, du bist ja weiter hinter. Ja. Bis ich vorne bin, da brauche ich noch ein paar Runden. Ich bin ja eigentlich altkontrollig gesagt. So, auf jeden Fall neunter. Das ist, glaube ich, die letzte Runde. Die Regenbogen waren früher sogar. Ne, jetzt. Ne, die vorletzte Runde. Also, ich bin neunter. Ich bin jetzt mal wieder. Na klar, wir kommen zu einem geilen Item. Ich muss nur aufholen. Ich bekam nur das heißt Pilze. Ja, ich bin halt der Überking. Guck mir mal den Kampf an. Der ist von Normani. Und Duchi. Und die ganzen Schwänze heißen. Zehnter, ich bleib auf dem Platz, wo ich immer bin. Und ich bin in der Zehntenschule. Zehntenschule, Zehntenklasse. Ja, wahrscheinlich. Meine Güte. Ja, ich brauche mir immer an der Nase. Ah, die Busmap, die war ja noch früher auf der N64 da. Die kenn ich, aber da kann man ja auch in der Wand fahren, gell? Ja, das wär's schnell hinbekommen. Ist einfach. In den Wand fahren. Einfach in den Ruffarbe. Schönes Spiel, lasst uns noch warten. Warum hat die Mama gerufen? Musste essen gehen. Noch einmal. Viel Glück. Das war ich. Wir sind Joren. Komm, bitte, bitte. Nee, ja, ja, nein, 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 nein. Dann gib eine andere Runde. Ein Originaler Nixkeller. Meine Güte. So, wir sehen die dritte Runde. Also, dritte Runde von diesen Let's Play jetzt. Diese Runde kriege ich ja überhaupt nicht. Weil man überall runterfällt, überall rutscht man aus. Ich hasse die über alles. Auf die Nintendo, ähm, auf dem 3DS. Bei Mario Kart 7 habe ich die über alles gas. Wollt mir besser. Nö. 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 Ich kann man halt einfach mit dem Gamepad hier nicht kerf. Aber, ich bin 7er. Ich... ...vall schlecht. Ich bin 6er. 6er. Bleib mal stehen. Dann kann ich noch ein Tick weiter. Das ist doch 100%. Mein Gott. Hm. Das sage ich ja genau, dass das ist. Da ist immer die Seite runterfalle. Bis sonst, wenn eine Kurve kommt. Ja, man schaut mal runter. Oder ich runtergestoßen werde von dir. Von mir. Ja, das hast du. Ja, nice. Ich kann... War alles mit Absicht. Ich hab's gesehen. Ich kann fliegen... Ja, okay. Es wird spulen, dann sieht er es noch mal. Ja. Oder einfach das Ganze wieder mal neu. Doppelstern hier. Und wieder gegen Bein. Super, danke für die Gute. Bin auf jeden Fall 10er. 10er, ich bin 9er. Nur nicht ganz lang. Jetzt überhole ich dich. Wenn du mir den Scheißpanzer gekauft wirst, glaub nicht, werd den Wheelad einen nehmen. Borddurch, ich spiele ihn gleich schuld. So. Oh, wäck mich da am Arsch. So. Das war leider nix. So, was für Item bekommen wir jetzt? Alles klar. Ich hätte mir noch mein Item geklaut. Yeah, die Rakete haben wir jetzt. Ja, im nächsten Mal. Die ficken ich gleich wieder. Haha. Ist nur nix verloren. Ich kann doch runterfallen. Seht ihr. Meine Güte. Meine Güte. Hoffentlich bekomme ich mal ein paar Items. Gute und nicht nur nix. So, überholt er mich wieder. Ja. Ist gut. Neunter. Und jetzt falsch nochmal. Ich hab einen Stern. Ich hab den Mix-Trop ein. Warum schlittern die so? Haben die Kleidgel auf den Rädern oder was? Ja, die Ring-Trop ist viel zu feust. Wie du, Lukas. Ja. Fünfmal täglich. Fünfmal. Oh. Hast gesteigert. Komm, Achter. Ich sag jetzt nichts mehr. Zehnter. Ich hab mich zum Zollplätze gesteigert. Meine Mutter wäre stolz auf mich. Liebe Vorletzer. Jo. Sind die behindert oder was war das für ein Move? Ist ja noch schlimmer als der gummigen. Ich schließe hier an meiner Achselhöhle und schreie ich meine Hand in die Luft. Gut, dann zeig ich mal, machen wir noch eine Runde. Ja, eine Runde geht noch. Dann haben wir circa zehn Minuten. Du bist hässlich, Alter. Da kommt ich mal an. Genau du. Du, Grinsen. Das ist Kevin. Ach so, das war ich? Das ist der Name, bin ich. Wer hat einen Bart? Stopp die Video-Kamera. Und wird in zwei Teile nachgeteilt, okay. So, jetzt sind wir die nächste Runde. Das ist jetzt die vierte eigentlich, aber die Runde entscheidet, würde ich behaupten, oder? Okay, wir haben beide verschissen. Egal. Das ist das mal fein, kein Ernst. Und als ein Info für die Leute, die jetzt noch dabei sind, die Facecam ist aus, weil mein Speicher ist voll. Die Facecam bleiben am Anfang auf jeden Fall drin. Hoffe ich mal. Ja, wenn nicht, ist es nicht schlimm. Wir nehmen ja später noch was aus. Ja, mal gucken. Alter, die Map fickt meine Optik. Ich sehe nichts mehr. Bin ich. Das ist ganz hilf, das ist gut, ey. So, fahren wir hier weiter. Achso, ich bin der Elf. Äh, Sinter. Oh, das ist jetzt nicht die prickelndste Runde der Welt, aber, das kann ich mal machen. Soll ich ein paar Waffen einbauen, du, ich hoffe nicht, ist es. Ja, aber wahrscheinlich. Warum bekommst du so ein abgefucktes Item? Okay. Wir haben mal wie Fall. Schnell wie möglich am Ziel zu kommen. Sechster, sehr gut. Sechster, das ist gut. Heute sind wir bei dir alle letzte Runde. Ich bin geistig zurückgeblieben von vorne bis hinten und fahre jetzt schon wieder da gehen. Ich bin wie Sheldon. Ich kann einfach keine Autofahren. Jo, wenn möglich. Verpiss dich. So, danke. Guck, dass du Land gewinnt. Ich weiß nicht. Es reicht. So, Sinter. So, wir sind wieder gleich zum Ziel. So. So, zwölfter Platz. Zwei weiter oben als sonst. Sag ich mal, Leute, dann hier beende ich mal, ähm, die Folge. Sag ich mal, bis dann, Leute, und haut rein. Bis bald.